Wie hat was passiert, alles entlastiert Was ich natürlich auch gerade gastieren will, gerade nicht chill, ja Sowieso wie ein Bilder, allerdings denke ich mir natürlich auch schon gerade, dass eure Bilder Irgendwie nicht wirklich ganz gepasst haben in die Schwachmartenkirche, gerade während eure Kirche da Natürlich auch schon wieder, hier jetzt was sagt dazu Wahrscheinlich wollt ihr da natürlich auch lieber die Kirchenglocken rollen lassen Sodass ich dann natürlich auch schon wieder was bringe und zwar dazu Wahrscheinlich einfach nur den Tune, sodass ich hier natürlich auch zusehen könnte Während ich letztendlich dazu gegeben haben möchte, dass die Kirche mir nicht eng irgendwie so gänzlich passte Sodass ich hier schon wieder jetzt was sagte und zwar dazu einfach nur klar für mich zu Gutes Sphären gönne ich meinen Leuten, allerdings in allen Ehren muss ich da natürlich auch deuten Dass ich letzten Endes immer wieder einer dieser Freunde bin, die letzten Endes nicht zeuchten Denn letzten Endes will ich natürlich auch schon wieder verschwenderisch sein Gerade natürlich auch hier jetzt gerade wieder einmal wieder Genius Hard vor seinem Freestyle halt Okay, dann geht das hier natürlich auch schon wieder ab Allerdings wirkt das ja natürlich auch wieder, wieder mal Sodass ich hier jetzt gerade wiederhole, Schweine drin wisse Scheiß Nazi-Schweine, die natürlich nicht klarkommen Sodass ich denen da schon wieder was sagen möchte Nämlich, dass sie einfach nur nicht klar gehen mit ihrem Damagement Wahrscheinlich sind die so bei ihrem Engel-Management sowieso nicht wirklich auch im Gastieren Sodass die ihren, Gottverdammten, krassen Virus eben natürlich irgendwie nicht wirklich hier loswerden Sodass ich denen da schon wieder was jetzt irgendwie losgeben möchte Ach ja stimmt, ja ihr stört hier ständig meine Geschäfte Ihr möchtet gern es eben, weil ihr seid möchte gern ebenen und nichts anderes wert Und so denke ich mir natürlich auch schon, weil ihr seid nicht so derb Und letzten Endes meint ihr, dass ihr mich gekauft habt Ach, wahrscheinlich seid ihr damit auch platteres Rehren als sonst was gewöhnt Weil ich werde euch letzten Endes so platt nehmen Weil eben auf jeden Sphären Irgendwie war das hier natürlich auch zu erklären Eure Gefühle geplattet sind gerade eben Und nicht wirklich geglättet wie bei mir Ich hingegen tarier Euch ständig aus und werde euch den lebendigsten Graus natürlich auch schon wieder bieten Ja ausgemacht und natürlich auch klar ausgelackt Was ihr wart, während ich natürlich auch die Drauf so mache Und zwar hier jetzt gerade mit dem Kopf rum Wie ich beginne euch den eigenen zu stopfen Wahrscheinlich seid ihr einfach nur schon wieder so die Otzen Wie natürlich auch schon dabei Otzen wetten Jenig hingegen werde hier natürlich auch nochmal mit Lotto Oder Toto irgendetwas anderes gegeben Wissen allerdings nicht wie bei Toto und Harry Sondern einfach nur schon wieder so wie Stasi Methodiken der Vergangenheit erseiten Während ich natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade was anhören dürfe Dann natürlich auch schon wieder die Bundeswehr Oder die Bundespolizei Während ich natürlich auch sowohl dabei bin Als auch jetzt gerade hier jetzt etwas zu machen Nämlich Freestyle zu gehen gerade eben Also muss ich euch schon wieder den Wahnsinn vorwerfen Und natürlich auch schon wieder sagen was zu däten Denn die seien eben nie waren irgendwie als ich dann richtig Die vermeintliche Andung für sich dann nicht Und nun einmal einfach nur berichten Von dem was ich so finde Und zwar vor Genius sagt das das meistens Und somit denke ich mir natürlich auch schon wieder Viel Spaß bei den Hochzeiten Und viel Spaß auch bei den Breiten Allerdings nicht wirklich bei den Breiten Graben Sondern eher bei dem was die Leute an Scheiße haben Während die letzten Endes meine Farben Da natürlich auch im Graben sind Allerdings dachte ich mir natürlich auch schon wieder Dass ihr meistens begraben werdet Oder doch schon wieder hier jetzt gerade eben Irgendwelche Bandherde Wert wäre und wäre eben Und ich natürlich auch schon wieder hier jetzt gerade Selbstverherrlichen wirken dürfte Genius Hacker eben Wärts Sebastian Guder Also was geht mir Luder Wahrscheinlich seid ihr nur mal wieder Nicht im Fuhrpark Sondern einfach nur schon wieder da Wo der Absturz war Und da natürlich auch fast sichergestellt wurde Gerade Ach ja stimmt glaube ich Dass er einfach nur mehr Sturz war Genius Hacker Freestyle Was geht mir Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal